Ein britischer Teenager hat an Bord in den sozialen Medien eine Bombendrohung ausgesprochen. Der 18-Jährige, der mit fünf Freunden unterwegs ist, verbringt die Nacht im Gefängnis und wartet auf eine Gerichtsverhandlung. Aufnahmen zeigen einen F-18-Jet, der neben dem A319-Flugzeug der Billig-Airline EasyJet fliegt. Es ist zu sehen, wie der Kampfjet mit den Flügeln wedelt. Eine Geste, die in der Luftfahrt bedeutet, dass der andere Pilot ihm folgen soll. Militärflugzeuge fangen in der Regel zivile Flugzeuge ab, wenn die Bodenflugsicherung den Kontakt zu ihnen verliert oder eine wahrgenommene Bedrohung für das Flugzeug oder die Passagiere besteht. Entweder aufgrund einer Bombenwarnung, eines verdächtigen Objekts oder einer befürchteten terroristischen Aktivität. Der EasyJet landete etwa eine halbe Stunde zu spät, kurz vor 17 Uhr, sicher am Flughafen Menorca auf dem Balean und wird zu einem Sicherheitsbereich gebracht. Dort wird der Teenager verhaftet und über einen Zeitraum von zwei Stunden wurden die Passagiere nacheinander von Bord genommen und gebeten, ihr Gepäck für Kontrollen durch Spürhunde und Bombenentschärfungsexperten zu identifizieren, sagt die Guarda Civil. Andere Flüge von Menorca werden durch den Vorfall unterbrochen.